Hey, wo ist mein Drink? Ich glaube, du hattest genug für heute. Ich sage, wann ich genug hab. Ist das die, oder? Ich glaub, das ist die hier. Du musst Rife sein. Jero sagte, ich würde dich hier finden. Ja, bist du der, der auf einem glorreichen Kugelhagel geritten kam? Naja, du hast mir ja gar nicht gesehen, also... Natürlich. Korrekt. Das war ich. Wow, tolle Leistung, Superstar. Das war mal beeindruckend. In diesem Tunnel zu stecken und dabei die Arkanisten am Leben zu halten, wurde recht ungemütlich. Naja, ich habe mich schon darauf gefreut, Nelly gegen diese Kakerlaken einzusetzen. Nelly? Mein Schwert hilft mir bei meiner gemeinnützigen Arbeit. Ein Schwert hätte ich aber auch gerne. Wenn du dich schon so auf den Hintern gerettet, da hat es einen Namen verdient. Du bist fast gestorben, klingt so düster. Du scheinst dich gut zu erholen. Ich habe zwei funktionierende Fäuste. Eine zum Schlagen, eine zum Trinken. Mehr brauche ich nicht. Ich schätze, du bleibst jetzt hier? Du bist oft allein unterwegs, aber ich sehe dich hier immer wieder. Wenn es Arbeit gibt, sicher. Ich habe den Eindruck, das Geschäft brummt. Eine Weile war es schwierig. Für ein paar Wochen kam ich kaum klar. Aber nichts geht über den Job als Freelancer, oder? Also, danke, dass du im rechten Moment aufgetaucht bist. Ich schulde dir was. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Naja, ich blute bestimmt noch immer irgendwo. Ich sollte mich durchchecken lassen. Wir sehen uns, Superstar. Tja, die hältst du uns für den Superstar. Finde ich ganz gut. Zumindest eine. Ähm, wovon gehe ich jetzt eigentlich? Führt ihr mich jetzt zurück zum Javelin, oder? Weil ich kann ja auch einfach R drücken und dann einfach... Naja, wir gehen mal gucken. Und wir gehen durchs Tor, da wollte ich ja sowieso durch. Weil das einfach... So episch aufklappt. Ach nicht, der ist schon wieder. Ciao. Ja, wir sollen zurück zum Javelin, dann... Weißt du, das, dann können wir auch ganz kurz da hingehen. So. Ohne rein da. Hm, was können wir da machen? Verfolgte Missionen-frei-Spiel. Ja, gut. Was auch, und das können wir auch nicht machen. Dann starten wir das Ganze mal. Die Suche läuft. Und dann mache ich wahrscheinlich jetzt mal einen kleinen Cut, weil die Ladezeiten immer so ewig sind. Die Legionäre unterstanden den Befehl von Tarsis. Gut möglich, dass das Absolvieren ihrer Prüfung alle Grabstätten auf einmal öffnet. Ja, hier ist einiges möglich. So, da bin ich wieder. Der Ladebildschirm war wirklich noch länger als unter, wie das Gefühl. Und es hakt schon wieder. Was soll denn das? Ich will hier ein flüssiges Gameplay haben, Leute. Oh, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Oh, nee. Naja, hier sind schon ein paar andere Spieler unterwegs, die ich gerade sehe. Die machen wahrscheinlich wieder alles. Ich wollte mir diese Geschützfirme mal an und schauen. Ob die echt cool aussehen, nimmt meine Güter. So, warte mal ganz kurz. Der Sonne entgegen. Boah, nice. Das heißt, wir starten immer bei der Festung. Hm, meine Güter. Und dann sage ich dir einen Fall, wow, was für eine Festung, da waren wir noch nie. Naja. Mal gucken, ob es vielleicht ein bisschen flüssig läuft mit der Zeit. Aber so wird das kaum spielbar sein. Ich glaube... Na, was heißt, ich glaube. Ich weiß ja, dass das im Zug schon auch nicht so toll ist. Ja, ich glaube, langsam gewöhnt er sich daran. Könnte man das sagen. Boah, ey. Komm. Das geht ja gar nicht. Dabei habe ich alle schon auf niedrig, was... Ich meine, was soll ich da noch machen? Aber jetzt was... Ich gucke nochmal kurz nach, ob ich da irgendwas ändern kann. Ich meine... Das geht so lange. Sag mal, hörst du mal auf. Was war denn das jetzt? Okay, wir müssen ja erstmal hier ein bisschen gegenklieren, weil sonst wird das ja nichts. So, was los? So, was los? Nein, ich glaube, ich gehe jetzt wieder raus. Oh, siehst du überhaupt auf uns, oder? Was ist denn hier los? Leute. Ich wollte dann nochmal kurz schauen, ob es flüssig läuft. Und es läuft ja schon fast flüssig. Ich habe irgendeine Errungenschaft da, oder? Ich sehe es noch, oder? Na, toll. So, lad mal bitte nach, hier. Ah, der Schild ist echt nervig. Und die Wand haben wir auch hinter ihm gehauen, oder nicht vor ihm. Irgendwie geht der ein bisschen weiter, als ich das gerne hätte. Ich sage, hör mal auf, hier. Oh, wo ist denn da noch einer? Leute. So nicht, mein Freund. Hä, wie ist er abgeschlossen? Da ist auch noch ein fettes Geschütz hier. Ich wollte mir noch ein bisschen die Landschaft hier angucken. Und zum Beispiel, was ist das denn? Ich dachte, er ankert einer, aber es ist nur eine Rüstung. Das ist ein Freelancer, glaube ich, sogar, oder? Na, das ist, glaube ich, auch ein Rüstungsteil von einem Freelancer. Also, wir haben irgendwie was. Gegen, ähm, solche Leute wie uns. Okay, hier sieht es cool aus, aber wo sollen wir denn eigentlich hin? Wo ist denn das Missionsziel? Äh, von wo? Oh, oh, da. Ja, kommt schon in den nächsten an. Die ziehen sich zurück, und zwar ziemlich überstürzt. Ach, die sind gerade einfach despawned. Ach so. Okay. Können wir noch irgendwo was einsammeln? Ich weiß noch nicht, was das bringt, aber... Loom ist immer gut. Ähm... Wo ist das? Also, irgendwie sollte mir das eigentlich Ziel angezeigt werden, aber hier ist nix. Ist das ein Bug, oder soll ich das einfach... Ist ja freies Spiel, aber... Nein, na, hör auf zu haken, bitte. Auf. Ah, okay. Diese Plätze sind einfach am effektivsten. Gegen solche Leute mit Schild. Nein, der war es auch nicht. Aber die Ausg气... Pfui, Salo. Furiness. moderationよ... doesn't unabуется dauer. 보는. Zu. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020